Eeeh, eeeh, hehehe, ich habe dir das gefunden, jawohl, jawohl, bringt mir zwar nichts, weil ich habe keine Eisenspitzsacken, jawohl. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Silly, es ist soweit, es gibt jetzt Minecraft, nämlich China 2, es ist wieder soweit, wir sind da, wo wir letztes schon aufgehört haben, nämlich hier unten am Bergli, bei der Kühe, und als erstes gilt es jetzt mal für uns, hier unten ist eine Höhle, ähm, wenn wir uns mal merken, wo der Eingang ist, das ist der Tunnel, okay, ähm, chillig, 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 ähm, was das jetzt uns betrifft, wir sollten jetzt mal dringend machen, ich mache Bäumchen, Farben, dass wir uns dann Leitern überbauen können, und das sollten wir irgendwann unbedingt die Schäfchen finden, weil wir es jetzt eigentlich keine Schäfchen gefunden haben, ah, so, meine Lieben Herren, es tut mir jetzt leid, aber ich brauche Wohle, perfekt, du darfst leben, so, perfekt, und jetzt, eins, so, mache ich Holzfarmen, und ich habe leider euch das Feedback von der ersten Folge nur noch nicht lesen können, weil ich das gerade jetzt aufnehme, weil der Server ist heute Abend offen, äh, aufgegangen, so herum habe ich es, würde sagen, am 8. ist er aufgegangen, also ich nehme das gerade am Sonntagabend auf, ihr seht jetzt die zweite Folge, eineinhalb Wochen später, weil ich dann nachher auch wieder ein bisschen mehr zu tun habe, und darum habe ich jetzt den Zeitpunkt an heute Abend, das ein bisschen vorzuproduzieren, aber ich gehe dann, sobald ich Zeit habe, auf eure Vorschläge und Ideen ein, und hoffe, dass ich jetzt mal provokativ, vor allem produktiv sein, und jetzt mal ein paar Leiter bauen kann, dass wir da immerhin rauf und runter kommen, und dann wieder anfangen, und dann irgendwann können wir dann anfangen, ein bisschen schöner zu bauen, aber zuerst müssen wir da mal ein bisschen ein anständiges Leiter haben, dass wir da rauf und runter kommen, ja, dann machen wir so, 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 dann bitte mal Leitern, so, jetzt schauen wir mal, wohin wir kommen mit denen, vielleicht haben wir auch massiv zu viel dabei, was wahrscheinlich der Fall ist, aber hey, hauptsache ich mich rauf und halb eine schnelle Verbindung von oben nach oben, da wäre ich die erste Ausstiegsluke, perfekt, nur etwa fast zwei Stacks zu viel, Aua. Digg, ist das dunkel. Ach du Kacke. Ich würde aber gerne ein bisschen mehr Eisen haben, weil ich ohnehin nicht schaue, ich bin ja schliesslich Influencer. Das ist ja Weiß Name, es ist ja Weiß Name, das ist ja Weiß Name. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wird das jetzt gerade Tag oder Nacht? Ja, es wird Tag, perfekt Schau dann raus aus dem Loch Alter, da, komm! Bitch-Clap, komm hinten Da, links, rechts So, so So, wir sind wieder draussen Das Ding ist halt, wie die Farmtour, was hat sie immer gebracht? Richtig, 33 Eisen Und die Erkenntnis, dass das Höhlen-Update richtig schmutz ist, wenn du einfach schnell farmen willst Digi, wieso wächst der scheiss Bau nicht? Willst du jetzt aber nicht sagen, Minecraft ist so realistisch nicht ein Bau Ein Bau-Wachsgrenze, nicht in real life Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich bin jetzt einfach 1 Block nach. Ich bin jetzt 1 Stunde am aufnehmen, was habe ich bis jetzt in meiner Folge erreicht? Richtig nichts! Oh nein, der Silas ist zurück! Der Silas hat einen Verserber und Migrant schmiert ab beim Syro. Es ist ziemlich kretschmärisch. Es ist der Silas. Ey! Ey! He-he-he! Ich hab die Silas gefunden! Jawohl! Jawohl! Bringt mir zwar nichts, weil ich keine Eisenspitzen habe. Jawohl! Die Frage ist, was bringt mir diamonds? Diamanten bringen mich gar nicht so viel. So meine Damen und Herren, wir haben nach 1 Stunde und 15 Minuten in dieser Folge auch unsere ersten Dias. Bewegt. Ja, danke. Alter, sogar nur mal einen. Der Schling lässt sich versteckt wie F***. Perfekt, hier haben wir den Anfang gefunden. Ich glaube, das könnte etwas sein, was es genau ist, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Nämlich nächste Woche, wenn es soweit ist, unser Microchina 2. Es war heute wahrscheinlich eine letzten lange Folge, obwohl ich 1h20 aufgenommen habe. Aber es ist halt nichts passiert. Anstatt mich einfach 2h lang unterhalten mit Strip Mining, zeige ich euch einfach. Wenn euch die Folge trotzdem gefallen hat, dann einen Daumen hoch. Schaut euch beim nächsten Mal wieder. Bis dann, tschau. 2. 2. Bewegt. 5.